werte zuschauer lieber elliott waver hier ist der frank schuh willkommen noch mal zu einem marktüberblick heute um halb vier zur markteröffnung ein bisschen früher nicht 16 uhr sondern schon 15 uhr 30 während wir jetzt hier sprechen macht der markt auf sei es drum ich fange an mit dem dax index und wir huschen mal durch die märkte durch so hier unten ist eine a in fünf minuten start eine b da geht es runter in die welle c da geht es also erst mal runter im 15 minuten start geht es im dax auch runter auch der abc das hat er jetzt kurzfristig ausgemacht im 30 minuten start da haben wir unten vier da sieht er steigende kurse in der welle fünf ich hätte jetzt noch mal vorher durchzappen müssen weil ich habe die anwendung neu gestartet und der ist hier irgendwie noch nicht so ganz fertig eine sekunde leute ich muss mal eben kurz einmal durch die zeiteinheiten zappen bevor es weitergeht moment bitte so das ist erledigt geht es weiter im 30 minuten start wie gesagt jetzt hoch in die welle fünf im stunden start da geht es auch hoch in die welle fünf im vier stunden start da geht es ja wenn die vier jetzt hier zu ende sein sollte geht es dann auch hoch in die fünf und dem acht stunden start auch das heißt in den ersten beiden zeiteinheiten ist er fallend und in allen anderen dann steigend so das kann ich jetzt gerade nicht weiter kommentieren das müssen wir jetzt mal so stehen lassen im nestek ist es so dass wir hier unten a haben oben eine b und eine c genau wie im dax eben auch im fünf minuten start im 15 minuten start da haben wir unten 1 hier oben eine 2 da geht es auch runter in die drei und jetzt mal gucken ob sich jetzt die beiden voneinander trennen oder ob wir jetzt auch wieder steigende kurse kriegen hier ist eine a b eine c da geht es erst mal runter in die vier in die c und dann geht es wieder hoch ok deswegen haben wir auch also wir haben insgesamt überall steigende kurse angezeigt nur der unterschied ist der dass wir hier noch in der abc stecken aber die c beendet unten nur die welle vier nur in diesem maßstab kann man das eben nicht erkennen und sieht das erst ab dem 30 minuten start das heißt analog für den dax index ebenfalls dass wir in allen zeiteinheiten als basis trend im moment steigend sind unterbrochen von einem rücklauf in der welle c und der also der welle 4 sozusagen wo es kurzfristig runter geht bevor es hoch geht das ist die aussage und die passt im dax index auf alle zeiteinheiten die wir gesehen haben und bis jetzt auch hier im nestek bis zum 30 minuten start das ist wichtig zu wissen wo man ist weil wir haben überhaupt keine widersprüche schon zählungen gerade gesehen nur andere maßstäbe hier also auch es geht auch mal runter in die vier aber vorher also es wird noch anders es geht erst hoch in die welle b dann geht es runter in die welle c die jetzt hier nicht eingezeichnet ist die macht dann die vier fertig also hoch und runter hoch und mal sehen ob wir heute noch das hoch sehen oder nicht im stunden start vom prinzip das gleiche nur hier ist es jetzt plötzlich eine welle 2 und dann ist da oben plötzlich eine welle 2 zu ende bei 11700 und abwarten ob das so ist im vier stunden start eine 1 2 3 da geht es plötzlich runter und im acht stunden start geht es auch runter allerdings muss man auch hier bedenken die unterbellen werden hier nicht mehr angezeigt ja hier macht mir auch eine 1 und dann geht es noch mal hoch in die zwei ja also man darf sich da nicht täuschen lassen das sieht auf den ersten blick ganz anders aus aber ist nicht zwingend ganz anders hier ist die zwei schon vorbei und hier in diesem start angeblich noch nicht wobei wir hier eine ganz andere zwei sehen das kann verwirrend sein ich weiß ist aber leider so dann hier im smp 500 da haben wir die 1 die 2 es geht runter in die drei im 15er jetzt auch runter in die drei im 30 minuten start da geht es auch wie bei den anderen erst mal hoch in die b und runter in die c und dann wieder hoch wenn die vier fertig ist in die fünf und dem stunden start da geht es auch wieder runter in die drei genau wie beim nestek auch eben im vier stunden start geht es runter in die drei wir sind auf dem weg nach unten unterbrochen von den zick zack bewegungen die der markt nun mal macht und die zick zack bewegungen der markt macht die sehen wir hier dann aber hier sehen wir nie das große bild weiter geht es mit dem dow jones index da haben wir hier ein eins und zwei und da geht es hoch in die drei also erstmal nach oben im 15 minuten start da geht es erstmal runter da haben wir ein gegensätzliches bild und im 30 minuten da geht es runter. Im Stundenchart da geht es runter in die 3. Im 4 Stundenchart da geht es hoch in die 1 und die 3. Im 8 Stundenchart geht es auch hoch in die 1 und die 3. Hier ist aber jetzt wieder auffällig, dass hier diese zwei, wir haben hier noch kein neues hoch gemacht hier drüber und diese zwei hat nicht besonders viel Rücklauf gemacht. Das heißt, diese zählweise rechts von dieser 2 hier, die wir hier sehen, die ist noch nicht bestätigt. Die kann noch kippen. Das kann nämlich jetzt auch sein. Hier ist jetzt 1 und dann in der 2 könnte dann hier eine a sein, eine b und dann eine c kommen. Auch möglich. Dann wird die 2 hier unten landen. Dann wäre das erst die a. Ich hoffe, ich kann mich so ausdrücken, dass das verständlich ist für jeder, für jeden. So, auch erledigt. Also, man muss aufpassen. Oft schaut man nur, was kommt, muss das aber in den Kontext setzen zu dem, was gerade vergangen ist und dann sehen, welche Kriterien hat denn diese Welle 2 bisher wirklich erfüllt. Und das ist dann leider erst hier von hier aus gesehen 38,2 Prozent. Das mag reichen, aber die kann auch hier bei statt bei 32.500 kann die auch bei 31.000 landen. Das sind dann immerhin noch mal 1500 Punkte weniger. Das ist mal ein Unterschied. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall noch. Solange wir kein neues hoch machen. Also, ich gehe noch mal zurück. Solange wir nicht über das hier hinausgehen, über diese 1 hinausgehen, ist das hier unten noch nicht bestätigt worden. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Das ist jetzt erst mal der entscheidende Punkt. Und hier war ja auch das hoch. Das heißt, wir kommen jetzt wieder deutlich runter. So, jetzt geht es weiter mit EURUSDollar. Da haben wir hier eine 1 und eine 2 und damit würden wir hoch in die 3 gehen. Ja, EURUSDollar war ja schon heute Morgen und auch gestern immer nur eine 3 oben, 3 oben, 3 oben, 3 oben. Der war sich sicher. Naja, und der funktioniert ja auch ganz gut, obwohl wir heute runtergekommen sind. Hier im 15-Minuten-Chart, da machen wir eine 3 nach oben. Im 30-Minuten-Chart machen wir eine 3 nach oben. Im Stunden-Chart machen wir eine 3 nach oben. Im 4-Stunden-Chart machen wir die 3 nach oben. Und im 8-Stunden-Chart machen wir die 3 nach oben. So, dann gehen wir weiter mit dem EURUSDollar. Dann kommt, wenn die 2 hier oben fertig ist, die 3 runter. Momentan haben wir ja einen echten fetten Anstieg gesehen hier im NetGas. Guckt euch das mal an. Das hier ist alles heute passiert. Wir haben hier unten das Tief und hier oben das Hoch bisher. Ein Hoch zeigt mir gerade gar nicht. Warum weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mein Hoch ist weg. Und ich weiß nicht warum. Sei es drum. Nur, jetzt müssen wir aufpassen, aber wir gucken lieber in den anderen Chart rein. Wenn wir hier jetzt ein neues Hoch machen, dann ist irgendwas, dann läuft vielleicht irgendwas aus dem Ruder. Ja. Im 15-Minuten-Chart sehen wir noch den Trend nach unten. Die 3 nach unten. Im 30-Minuten-Chart sehen wir auch die 3 nach unten. So. Hier sieht man schon ein bisschen mehr. Im Stunden-Chart sehen wir auch die 3 nach unten. Und jetzt muss man sagen, hier sind wir gerade hier im Hoch. Ach, hier war das Hoch. Hier oben. Aber nicht von heute, sondern von wann. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wenn wir jetzt erstmal hier diese 2 rausnehmen und da nochmal drüber gehen, dann haben wir wieder mehr Platz nach oben. Dann müssen wir das anders zählen. Diese 1, die kommt von hier oben. 1, 2. Dann wäre hier vielleicht die 3 schon zu Ende. Dann kommt hier eine 4. Wenn das aber die 3 ist und hier eine 4 kommt, dann dürfte ja die 4. dann würde die 4 bis 3 37 laufen bis 3 45. Ja. Lass mich nochmal gucken, ob ich hier Mist erzähle gerade. Das ist eine andere 3 hier. Und nichtsdestotrotz, 1, 2, dann wäre das diese 3 im Kreis, wäre das im schlimmsten Fall schon. Also das kann am Ende durchaus noch dahin führen. Ich will jetzt einfach nur mal sagen, im Moment Vorsicht. Also Euphorie, aber je besser das Ding steigt, desto besser ist ein neuer Einstieg vielleicht zu finden, wenn er eine 4 macht. Also das müssen wir mal auf dem Schirm behalten. Aber das hier, ihr müsst jetzt darauf achten, ob der hier das hoch bei der Welle 2 rausnimmt. Und dann müsst ihr aufpassen. Bis dahin könnte man jetzt hier natürlich einen Stopp setzen, wenn man bereit ist ausgestoppt zu werden. Hier einen Stopp setzen und da einsteigen und auf Fall entgehen. Weil das wäre ein super kleiner Stopp. Aber die Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden ist gar nicht so klein. Im 4 Stunden Chart geht es runter in die 3 und im 8 Stunden Chart geht es runter in die 3. Und diese ganzen 3, die wir jetzt überall gesehen haben, basieren alle darauf, dass wir hier kein neues hoch machen, wie gerade schon beschrieben von mir. Sobald das passiert, werden die der Reihe nach rausgenommen. Und dann werden die Karten einmal neu gemischt. Aber wenn man jetzt Bock hat, kann man wirklich auf dieser 2 da oben nochmal einen Stopp setzen. Weil das sind ja Peanuts, die man da verlieren kann. Beschwerdet euch nur nicht bei mir, wenn ich sage jetzt mal, dass das Holzfliegen mit zum Geschäft gehört. Also ich betrachte das nicht als ein Problem. Es geht nicht darum, um jeden Preis als Risiko zu vermeiden. Denn dann vermeide ich auch den Gewinn. Das bedingt einander. Das darf man nie vergessen. So, im US Öl, wie sieht das denn da aus? Da haben wir hier oben eine 2 im 5 Minuten Chart, da geht es runter in die 3. Im 30 Minuten Chart, da haben wir oben eine 1. Hier unten eine 2, da geht es hoch in die 3. Im 30 Minuten Chart, da geht es hoch in die 3. Im Stunden Chart, da geht es jetzt runter in die 3. Der ist sich noch gar nicht einig hier im Öl. Im 4 Stunden Chart geht es runter in die 3. Im 8 Stunden Chart geht es runter in die 3. Das hier ist die Make-or-Break-Linie hier oben. Hier auf der B. Da fängt die 1 an. Die 1 endet hier. Die 2 geht bisher bis da. Man könnte jetzt hier auch einen Stopp setzen. Auf der 2 ist genauso Risky wie die Geschichte im NetGas. Ich will das nicht beschönigen. Aber ich nenne jede Gelegenheit zum Traden, die ich sehen kann. Da habe ich keine Zurückhaltung. Also hier jetzt ganz knapp den Stopp setzen. Ich gehe mal in den 4 Stunden Chart. Hier. Mach den nochmal ein bisschen auseinander. So. Hier auf dem Tageshoch den Stopp setzen. Ganz klein. Und der Rest ist dann Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe. Hoffen, dass es gut geht. So. Ich mache weiter mit dem Gold. Hier oben die 1. Dann geht es nochmal in die 2 noch ein Stückchen tiefer im 5 Minuten Chart. Und anschließend geht es hoch in die 3. Im 15 Minuten Chart, da geht es auch hoch in die 3, nachdem das hier unten beendet ist. Hier auch im Stunden Chart, im 4 Stunden Chart. Und dann seht ihr, was der Sinn des Ganzen ist. Nämlich hier oben die 2 zu beenden, damit es in die 3 geht. Könnte ein ziemlich cooler Trade werden. Oder? Aber die 2 hat ihre 61 überschritten. Das war hier bei 1896. Hat hier die 78 noch nicht erreicht bei 1.973. Das heißt, wir könnten jetzt schon in der Zone sein, wo das Ganze dreht. Also hier könnte man jetzt eine Box hinmachen für einen Short. Und dann müsste hier oben, wo die Make-or-Break-Linie ist, der Stopp sitzen. Oder beim 887er Retracement. Weil Make-or-Break-Linie ist oben, aber den Stopp muss man ja gar nicht so hoch setzen. Das wäre jetzt die Handlungse... Nein, es ist keine Handlungsempfehlung, um Gottes Willen. Das ist streng verboten, eine Handlungsempfehlung zu geben. Weil wir immer davon ausgehen müssen, dass die Menschen alle unmündig sind. Hier darf man sowas nicht sagen. Von daher bin ich da also keine Empfehlung. Ich würde das jetzt so machen hier. Jetzt geht es weiter mit dem Silber. Im Silber haben wir hier oben eine 1. Hier unten warten wir noch auf die 2. Da sind wir in der A, B, in der C der Welle 2. Die lauert... Ich sehe sie da unten in der Ecke hier. Da soll die 2 sein, im Bereich von 23, 50 circa. Dann würden wir danach in die 3 gehen. Das ist der 5-Minuten-Chart. Im 15-Minuten-Chart, da geht es aber erstmal runter. Hier ist eine 1, eine 2, eine 3. Das ist die 3 der 3. Da geht es noch weiter runter unterhalb der 1 dann. Immer weiter runter. Im 30-Minuten-Chart, da geht es hoch in der 3. Aber wie man hier jetzt schon sieht, hier, da ist ja die 2. Dann kommt in der Welle 3 eine 1. Und diese 2, die ist nicht fertig. Das sieht man sofort. Die geht noch mindestens bis hier in diesen 23,50er Bereich. Die hat der Algo wieder einfach dahin gesetzt, weil es ihm so passte. Hat aber noch nicht gemerkt, dass der jetzt schon wieder unterschritten worden ist. Dieser Punkt hier, wo die 2 gesetzt worden ist. Weil der kriegt das erst mit dem nächsten Bar in 5, 10 oder 15 Minuten. Da wird die 2 erst weiter wandern und weiter wandern und weiter wandern. Das heißt, wir befinden uns hier gar nicht im Widerspruch zu dem anderen Chart. Der hat hier nur einfach schon die 2 als erledigt markiert. Das ist der Unterschied. Das muss man immer mit berücksichtigen, solche Sachen, wenn man da drauf guckt. Leider könnt ihr das in der Übersicht, die läuft, so gar nicht erkennen. Und das ist bedauerlich. Also es wäre schön, wenn es sowas wie ein Multi-Bildschirmscreening geben würde, wo ich parallel 4 oder 5 Bildschirme streamen könnte. Aber sowas habe ich noch nicht gefunden. So, im Stundenchart, da gehen wir auch hoch in die 3. Aber auch hier, bevor das passiert, brauchen wir erstmal eine saubere 2. Da ist noch nichts. Im 4 Stundenchart, ja da geht es jetzt plötzlich wieder runter in die 3. Warum? Man weiß es nicht. Und im 8 Stundenchart auch. Da hat er richtig Down-Size-Potenzial. Ja, wir haben hier keine sehr gute Internetverbindung, wie ich gerade wieder sehe. Obwohl der Elektriker heute da war. Ich werde das heute noch ein bisschen testen und dann mal weiter sehen. Erstmal danke fürs Zuschauen. Das war jetzt die Marktübersicht für heute Nachmittag. Und damit verabschiede ich mich der Frank. Tschüss. Die